Ups. Ah scheiße, vergessen die Schwierigkeit. Ja, bin. Einfach verlassenes Haus. Just for fun. Auf wahnsinnig abschießen. Wir brauchen Temperatur. Udo Punke Ujabret. Und Licht. Ich kann aber noch mal so gucken, wie weit wir kommen. Aber der ist aber im Arsch. Hm. Über zwei, aber warum? Ne, elektrische Geräte ist er. Ups. Die brauchen wir ja gar nicht richtig. Der spielt ja sowieso hier total rum. Und ich hatte mal Schutzmittel noch mit. Nehmt sich ja sicher. Nehmt sich ja sicher. Nehmt sich ja sicher. Natürlich verpisst er sich jetzt. Zumindest jung und durchschnittlich haben wir schon mal. Ja, so, er kann da schon mal weg. Äh, ja, gut. Sehr kalt. Sehr kalt, kalt, sehr heiß. Ich sag, das ist zwischendurch sehr kalt. So, schauen wir mal nach Spuren. Die typischsten Sachen. Ja, wie du süchtig bist, ist es sehr kalt. Ich hab auch kein paar Kopfschirmweh öffnet, der ertrunkener Mann. Oh, wo Kinderwürfel. War noch nicht hier oben, welche Kinderwürfel? Bis jetzt ist hier oben auch keine Fußspuren. So, Kinderwürfel, äh, Kruzefix, Schilde, menschlich. Der Gehengte oder der Krampus? Alter, der Gehengte, also der Krampus wäre Level 20 rein theoretischer. Nur eine eiserte Jungfrau würde man reithörtlich ab Stufe 30 erst kriegen. Was schuldig ist, wenn es die DEMonien gibt... ...dια die DEMonien nicht auf Some. Was schuldig ist, du, das ist die DEMonien. Das ist die DEMonien. Von der Grenonien ist in die DEMonien. Wo Schauztig ist, wenn du das schweiz. Es ist die DEMonien nicht auf einem Unterschied. Die DEMonien wird es in die DEMonien either von einer DEMonien. Die DEMonien wird irgendetwas für ein DEMonien. Ich hätte dann sicher sein Leben. Die DEMonien ist in die DEMonien. also somit redet er sehr viel herum also das heißt die dinge liegen schon mal ganz praktisch wenn es halt nur und wieder das wahl gesänge wenn wir es versuchen alle kerzen anzuschalten versuchen jetzt mal mehr als darauf gehen können wir ja nicht da war schon eine kerze jetzt mal die erste etage okay oder ist aber zu jeder da ihr Hm. Junge. Schieb mir doch keine Panik, Alter. Sch-sch-sch-sch. Sag mir mal, wenn ein Ding ist in den Arsch geschummert. Toll, jetzt wo sind meine Sachen hin, Alter? Ist ich da drückgegangen? Ja, da hat die irgendwo hin geschossen. Vollfeuer ist weg. Ja, da hat die... ...diesblock... Hallo? Hallo? Ach, da hat mein Feuerzeug. Oh, scheiße. Da ist mein Salz. Muss mein Licht. Was für Zweck. Lass mich in Ruhe. Ich bin sensibel. So, könnte in der Spiegel sein, zum Beispiel. Jetzt wird hier der Spiegel versteckt. Ich kriege aber ne Handtasche. Alles auf den Gehengten hin. Alles auf den Gehengten hin. So, das macht nichts. Boah, ich glaube, meine große Taschlampe ist im Arsch. Lass mich in Ruhe, 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 lass mich in Ruhe. Wenn der Dreck sagt man wenigstens was mit der Puppe oder mit der U-Jobret machen würde. Nö. Boah ne dieses Gefangenwetter das ist so lästig. Ja und warte dich bist du definitiv nicht im Haus sicher. Äh im Van. Kein Ernst. Na wenigstens ein erwischt. Wenn man die Stritten in diesem Modus verbringen muss, weil man seine scheiß Kugel nicht erwischt. Mann ey, das ist doch so lästig. Wenn das hier oben ist mein Feuerzeug und Co. Ich höre es zwar, aber sehe es nicht. Ich höre es zwar, was ich hier oben drehe. Wie geht es? Ich höre es aus. Das hier oben steht. Gehängt der, Alter. Ah, dass ich den nicht nochmal erhängen kann. Damit er mal, damit er mal lernt, besser zu reagieren. Ob U-Job-Red oder Fugle-Pappe. Obwohl es denn jetzt mal der letzte Kugel, Alter, da ist er ja. Komm, wir spielen, dann fangen mit einer Lichtkugel. Ey, den Ernst? Ich hab draufgetippt, Alter. Wo sind die denn jetzt hin? Oh, veraschen! Oder? Lieber Geist! Ach nö, ich bin dort. Nö, der Schwenst auch wieder auf dem. Ganz zufälligerweise erwischt. Lieber Herrschwenst. Mach mal was mit der Voodoo-Puppe oder dem U-Job-Red. Das wäre sehr gelegen von dir. Danke. Oder? Oder? Ich bin wieder ja durch beides reagiert. Ich mach jetzt einfach mal einen Test. Hat funktioniert. So materialisier. Weihwasser. will ich nicht weiter von der Tür entfernen, dass ich noch so schnell zum Auto retten kann. Mann, diese schocken, Alter. Ja, klar, das zählt nicht. Geh ich da um! Ih, der hat mich voll abgeschlibbelt. Ih, der hat mich voll abgelagert. Äh, abgeschlägt. Ich muss meine Lampe jetzt vor lauter schrecken. Sven, du sollst dich nicht in den Fallen lassen. Ich fühl mich hier voll unwohl. Mann, weil man ja auch noch ein Boot rumgerufen muss. Ey, was ist das denn für eine Scheiße? Wir hätten ihn haben können. Ah, nö. Man muss ja auflaufen auf den Boden rumkrauchen, um seine Sachen wiederzukriegen. Weil der Scheißgeist hat... Ah! Ich muss alles fallen lassen. ausziehen, was ich? das ist so etwas ganz schön. Ich muss ich jetzt zum Beispiel,